Politiker, Politiker, Politiker. Ah, hallo. Mein Name ist Matthias Günther, ich bin Dramaturg und begleite die Produktion Die Politiker von Wolfram Lotz in der Inszenierung von Charlotte Sprenger. Hier auf diesem Account findet ihr alle möglichen wissenswerten, speziellen Zugriffe auf diese Inszenierung. Wenn ihr nach unten euch durchscrollt, findet ihr schon einiges, was ganz informativ sein könnte. Es sind Wort-Bild-Kombinationen, oft Videoclips. In Zukunft werdet ihr hier auf Interviewpartnerinnen treffen. Probenbesuche werden wir starten und sogar ab und zu live unterwegs sein in dieser Instagram-Story. Mal gucken, was passiert. Ihr könnt Nachrichten schreiben, ihr könnt Fragen stellen. Es wird geantwortet, hier aus diesem Theaterbunker, diesem Grauen. Okay, bis dann. Tschüss.